Lass uns mal meinen Bullock wieder fahren, Männer. Da brauchst du einen Bullock-Fahrer, ja der sei Handwerk hat, da brauchst du einen Bullock-Fahrer, um den bist du allweil froh. Ja, ob ein Holztrust oder bei den Spalten, ist ja schon unangenehme, unangenehme Gewalten. Ja, ob ein Reifen wechseln oder ein Bein abschmieren, ist ja schon unangenehme, was passiert. Damit nix passiert, damit nix passiert, da brauchst du einen Bullock-Fahrer, der das ganze dir regiert. Da brauchst du einen Bullock-Fahrer, ja der sei Handwerk hat, da brauchst du einen Bullock-Fahrer, und den bist du allweil froh. Da brauchst du einen Bullock-Fahrer, ja der sei Handwerk hat, da brauchst du einen Bullock-Fahrer, und den bist du allweil froh. Da brauchst du einen Bullock-Fahrer, ja der sei Handwerk hat, da brauchst du einen Bullock-Fahrer, der das ganze dir regiert. Da brauchst du einen Bullock-Fahrer, ja der sei Handwerk hat, da brauchst du einen Bullock-Fahrer, und den bist du allweil froh. Da brauchst du einen Bullock-Fahrer, ja der sei Handwerk hat, da brauchst du einen Bullock-Fahrer, und den bist du allweil froh. Und wenn gar nichts mehr geht, ja wenn gar nichts mehr geht, ja wo ich bin der Anlasser, weil der Rost schon steht, Dann kurbe da nur, ja kurbe 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 nur, ja wo ich bin der Rost schon steht, Und wenn gar nichts mehr geht, dann kann gar nichts mehr geht, lok's substance Zuhause und den bist du allweil froh. Da brauchst du einen Bullock-Fahrer, ja der sei Handwerk hat, da brauchst du einen Bullock-Fahrer, und den bist du allweil froh. Wer ist der Bullockfahrer? Ich sag ja wohl, der einzige Bullockfahrer ist der alte Bräu.